Ich hoffe, ich bin selber laut genug. Da haben wir schon einen erledigt. Die gelben Ziele sind die Schützen. Die sieht man hier dann sehr sichtbar, äh, sehr deutlich in dieser Geisterwelt. Und, komm her. Ups, der da vorne sieht mich. Der da vorne sieht mich. Der da vorne sieht mich, der noch keinen Alarm schlägt. Okay, erledigt. Der ist lustig umgefallen. Gut, okay. Jetzt haben wir aber einen Pfeil verbraucht, deshalb sammeln wir hier gleich mal wieder einen neuen ein. Ich meine, man kann dadurch vier auf einmal einsammeln, aber da ich die im Moment noch nicht brauche, sammle ich die mal so ein. Und dann gehen wir gleich weiter zum nächsten Bogenschützen, dem hier. Weg mit dir. Und dann haben wir da hinten noch einen. Und wenn wir die erledigt haben, können wir uns um den Sklaventreiber kümmern. Das geht am Anfang hier sehr schnell. Okay, jetzt können wir uns um den G-Mob kümmern. Allerdings habe ich keine Ahnung, was er für Schwächen hat. Und von oben habe ich noch keine Tötung. Deshalb muss ich, wenn ich einen Schleichangriff versuche, da runterspringen. Oh oh, er hat mich gesehen. Okay, scheiße. Ja, leck mich. Okay, wir machen das ganz schnell. Wir hauen erstmal euch kaputt. Verzieh dich. Okay, alles klar. Dann stecken wir den hier ab. Nein, das hat nicht funktioniert. Und stirbt, schrecklich. Und du auch. Oh, okay, ich habe ja nur einen. Ich habe ja am Anfang nur einen frei. Das habe ich jetzt vergessen. Oh man, ich bin noch auf den ganzen Fähigkeiten von meinem anderen Safe. Okay, das war jetzt Glück. Aber egal. Zack, weg mit dir. Oh, ich habe ja immer noch nur einen. Ich vergesse das immer. Okay, alles klar. Da muss ich mich erstmal wieder dran gewöhnen, dass ich nur eine Hinrichtung auf einmal habe. Gott dammit, ich kann ihn nicht abstechen, wenn ich die ganze Zeit angegriffen werde. Verzieht euch. Okay. Untertitelung des ZDF, 2020